Oh, hey, gut, wie geht's dir? Was in aller Welt machst du hier? Naja, ich wollte schon immer meine eigene Wohnung mit meinem eigenen Billardtisch haben. Meine eigene Wohnung hatte ich irgendwann, aber du hast mir nicht erlaubt, einen Billardtisch anzuschauen. Und da dachte ich mir, das sollte ich sofort ändern. Und das ist wirklich ein gutes Gefühl. Ich werde jetzt die vier, die Ektar scheinen spielen. Fünf. Entschuldige bitte, etwas Platz für den Spiel. Es spielt sich schlecht, wenn jemand im Weg steht. Danke.